Was ist der Werbemittelpunkt in Erfurt? Hallo, liebe Kunden, liebe Gäste. Mein Name ist Thomas Kauf. Wir sind der Werbemittelpunkt in Erfurt. Unsere Firma heißt WMP. Wir sind hier das erste Mal auf dieser Ausstellung. Sind eigentlich ganz gut angetan. Sind eigentlich auch begeistert von den ganzen Kontakten, die sich hier in der Zwischenzeit ergeben haben. Wir haben eine kleine Auswahl mitgebracht. Von Werbemitteln wirklich nur eine kleine Auswahl, wie Sie hier sehen. Es kann alles von uns in irgendeiner Art und Weise personalisiert werden. Hier sehen Sie unseren Kugelschreiber aus der deutschen Produktion. Wir legen deshalb Wert darauf auf die deutsche Produktion, weil wir haben im Endeffekt keine Minenausfälle. Und der Kugelschreiber war nicht acht Wochen im Container, dem Seewasser im Endeffekt ausgesetzt. Bei der ganzen Geschichte. Inzwischen haben wir uns noch einen Schwerpunkt zugelegt. Sie sehen hier eine Teilauswahl von Schilder, Leit- und Orientierungssystemen, was inzwischen einen recht markanten Schwerpunkt bei uns einnimmt. Wir können also theoretisch jedes Wegeleitsystem und jedes Schildersystem auch im Bereich Touchpanel für den Kunden darstellen, montieren es auch, beschriften es auch. Insofern das komplette Programm aus unserem Hause. Ein weiteres Geschäftsfeld von uns ist die Beschriftung von Fahrzeugen. Das heißt also, bis zur Komplettfolierung, was wir uns dann auch hier hinten anschauen können, sind wir in der Lage, komplette Fahrzeuge in den Firmenfarben des Kunden komplett einzufolieren und komplett zu verpacken. Wir können uns das noch mal ein bisschen näher anschauen. Das heißt, die Folie, die wir auf das Auto ziehen, dient nicht nur eben als Verschönerung oder als Folie in den Firmenfarben, sondern dient auch zugleich noch als Lackschutz in der ganzen Geschichte, um ein Auto, wenn es ein Leasingfahrzeug ist, zum Beispiel ohne Lackschäden, ohne Steinschlagschäden nach vier Jahren problemlos zurückgeben zu können. Na, und sollten wir nun wirklich Ihr Interesse geweckt haben, wir hoffen das, wir wünschen uns das, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail, wmp-erfurt.com Kein Problem, wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.